Hahahaha Na Und äh Das ist übrigens der Grund warum ich bei unseren Videos nie Kameramann bin Was geht ab liebe Leute und herzlich willkommen hier zu einem Ernoten Video hier wieder auf meinem Kanal Heute benutze ich mal wieder meine andere Kamera Etwas andere Kamera und es tut mir auch leid Für den ganzen Vlog falls ihr irgendwelches Was ist das denn Junge Ihr Klimpere hören solltet Ich kann leider nichts von ändern das Video so komische Zwei Teile wo man irgendwie so ein Band eigentlich Befestigt dof Style mäßig Und irgendwie kriege ich die einfach nicht ab Das ist aber nicht das Thema für heute. Sondern heute fahren wir Ich und Herr scheiß der Esel nennt sich immer zuerst Peter und ich wir fahren zu Gewitter im Kopf nach Bond Und da wird heute ordentlich Vor produziert libe Freunde denn 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 den 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 Denn denn den 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 denn 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 den denn denn den denn 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 den denn denn Ich würd einfach mal sagen Wir sehen uns Vor der Garage weil Peter Hat mal wieder ne Verspätung. Drei 1, 2, 1... Ja, da haben wir den Kollegen auch mal, der eigentlich jedes Mal immer wieder aufs Neue zu spät kommt. Deswegen kommst du auch zu spät, Bruder. Du hast nicht mal ne Uhr. Du hast nicht mal ne Uhr. Nein, ich brauch keine Uhr. Ich brauch ne Rolex. Du brauchst ne Rolex. Die hol ich mir jetzt. Sieht man das? So ist es halt, ne? Schön wie im Stau. 16 Uhr war vereinbart. Danke, Merkel! Das ist die Nummer 1 an meiner Züge, Alter. Ich bin hinter deinem Rücken. Gib mir deutschen Pass. Ich heirate dich alle, Mann, kleine Kinder, Mann, kleine Spindies, Alter. Deutschen Pass, Alter, Merkel! Ah, hier, dieser Mercedes. Den sieht man, den Silbernen. Warum er da keine Rettungsgasse bildet. Real Talk. Egal, was für ne Situation bildet es, ob es ein Unfall ist oder nur ne Baustellestau. Immer ne Rettungsgasse, weil ihr wisst nie, ob da vielleicht doch nur, äh, doch ein Unfall noch passiert ist oder nicht. Rettungsgasse. Und es kostet euch gar nichts. Nichts! Just do it! Da sind wir ja aufsteigend. Tim, was geht ab, Mann? Nix bei euch. Schön, dass ihr mal hier seid. Ihr habt ein bisschen länger gebraucht. Ich kann dir gerne gleich ein Screenshot oder ich zeig's euch ganz kurz im Video. Screenshot von Peter. Und jetzt, wie es wirklich war. So ist es halt, ne? Ist schön wie im Stau. 16 Uhr war vereinbart. Viertel vor sechs. Viertel vor sechs. Ja. Warte, wie ich sehe. Oh. Wollt ihr ne Katze holen? Ja, ich hab ein bisschen Katze dort hier. Okay, die ist halt mega süß. Jetzt sind alle süß. Leute, wir drehen jetzt, äh, Videos und, äh, in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns später. Ja. Ich hatte noch was zu sagen. Ähm, ich... Ne, grad nicht. Ne, grad nicht. Du... Ich grüße meine Familie. Ja. 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 Tausendmal gesagt. Und, äh, ja. Wie gesagt, die haben halt grad die Kamera geblockt. Mein Blog. Ein bisschen. Das ist jetzt, äh, am Mittwoch, als du kommst. Ja. Na, ich bin der Ton, Mann. Hi. 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 Träger Porno. niciaga. Hahahaha. Das ist für Spen die zweite Kanal. Hä? Ohohohohohohohohoh. Ach du scheiße. Ich sitzt literature schon auf dem Bett. Hahaha. Leute, am Sonntag kam von mir ein Lost Place Video, ist wirklich verdammt eklig, ganz, ganz, ganz widerlich untergegangen und das Video eigentlich, da steckte wirklich sehr viel Arbeit, also würde es mich eigentlich mega freuen, wenn ihr mal da vorbeischauen würdet, in meinem letzten Video. Tim, du hast das Video wahrscheinlich auch gesehen. Ja, hab ich gesehen. Ja, klar hab ich das gesehen. War doch geil, oder? Ja, Mann, unterscheid. Ich liebe auch Lost Place, ich gucke sowas auch voll viel. Ja, echt? Ja, dann mach, dann musst du echt mal reinziehen. Ja, mach ich auch. Okay, und in nächster Zeit bin ich, oder hab ich mal vor, auch viel mehr Lost Place zu drehen. Also, wenn ihr mal Bock habt, dann können wir, oh ne Scheiß, wir können da echt mal was zusammenscharten. Hier in Köln, gibt's so eine kranke Location, die ich schon weiß, das ist eine verlassene Villa. Da gibt, ne, da gibt's, es gibt auch anscheinend eine verlassene Stadt, hier im Umkreis. Eine verlassene Stadt? Eine ganze verlassene Stadt. Ich weiß, da ist nur Kohle am Bau irgendwie unter der Erde und deswegen wurden die ganzen Einwohner evakuiert. Krass, krass. Also anscheinend gibt's das noch. Verlassene Solingen ist ein verlassenes Krankenhaus. Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen hier. Ja, ähm, ähm, äh, da nehm ich dann auch auf, gell? Das ist mein Blog. Das schätzt sich da gerne. Was geht ab, liebe Leute? Nein. Okay. Was geht ab, liebe Leute? Gib mir die Stimidator. Wo ist der Real Avenger? Nein. Äh, erst, wir kommen hier, kann ich, oh mein Gott, ich komm nicht so. Okay. Alles gut. Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einem erneutenden Video hier auf meinem Kanal. Und heute sehen wir mal wieder in einer ganz, ganz neuen Location, denn wir sind hier zu Besuch bei... Brand. Mal. Ball. Mal. Bald. Mal. Bahn. Hä? Mal. 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 Ja, oder das Äquator. Hitler. Ja, ja, ja. Das macht sogar keinen Sinn, von Äquator. Scheiße, das macht ja auch keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Äquator. 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 Äh. 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 Brandenburg. Äquator. Äquator. Eifeltor. Hä? Äh, wir hatten gerade schon Wort, aber äh, es war viel zu einfach. Ach. Na, spendis kotze einmal. Hahaha. Moment. Ey, du musst eigentlich wirklich mit denen und Scheiß mal so einen Tag machen. Hallo. Oh, Mann. Ey, ist so witzig. Z8er geht. Alles klar, Digga. Verpacken. 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 Was? Postboot, ey. Das wird der beste Vlog sein. Wie schön ist der? Postboot. Ich bin der Postbote. Hahaha. Hä? Hahaha. Hahaha. Lieberant. Wie schön ist das? Lieberant. Kotz. Eimer. Eimer. Müllabfuhr. Müllmann. Nein. Müllmann. Team change? Ja. Wer ist doch nicht besser. Hahaha. Macht es eigentlich Spaß? Ja. Ja. Der ist die ganze Zeit dumm. Ich würde sie damit machen. Aber ist echt. Gerade noch eine Story gemacht, aber hier wollen wir uns auch nochmal kurz verabschieden. Ja. Ich danke dir. Komm her. Wie ihr das alles gesehen habt, haben wir mit Jan und Tim mal wieder was gedreht. Vielen, vielen Dank, dass wir vorbeikommen konnten. Danke für die Gastmannschaft. Ja, gar kein Ding, gerne. Und vor allem vielen, vielen Dank für die, das war wirklich die heftigste Kameraführung. Ja. Überhaupt. Wirklich. Macht das mal. Schreibt es mal bei mir auch mal in den Kommentaren, falls ihr mal wirklich Bock habt. Das wäre mal eine andere Art von Kameramann, oder? Wichtig. Wenn ihr mal Bock habt, dass die, dass Jan bei gewitterndem Kopf, also auf seinem eigenen Kanal, einfach mal mit Tim den ganzen Tag die Kamera hält und einfach mal losvloggt. Ich glaube, das würde so lustig werden einfach. Also, wie gesagt, ich verabschiede mich hier auch hiermit, macht's gut, Leute, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Hau rein. Ciao.